Auch die Folgen und willkommen zurück zu Fields of Mysteria An unserem zweiten Tag Wir hören da ein Hammer Ah, guten Tag Danny Ja, ja Historical Society Aha, das ist ein einfaches Error Ritja und Ulrich Remember I'd be delighted if you joined us Leider gibt's das Spiel noch nicht auf Deutsch Und ich hab noch 20 gut Englisch So, I think we need a moment Ich denke wir brauchen noch einen Moment Let me take a swing Lass mich einen Schwung ausführen Oh, by all means Here you can have my axe Hier kannst du meine Axt haben Kriegen wir eine Axt Unglaublich Das ist eine Statue Kaldarus Die mythologische Wächter von Mysteria Unsere Ahnen Schande Der Kopf fällt Mit ein bisschen Hilfe Aus uns Dank des neuesten Members unserer Historical Society Eigentlich Können wir ihn so gut wie neu Die wieder herrücken Wenn du willst Danny Wenn du willst Danny Das wären wir Gibt's doch nicht diese Art von Achievement Gibt's doch nicht diese Art von Achievement Ich glaube das Das Verbinden mit der Vergangenheit von Mystia ist der Weg in die Zukunft Das war ein sehr produktiver Morgen Danke für deine Hilfe Du kannst die Axt behalten Klaus Wir haben die Axt bekommen Hier haben wir einen Brief Besuche das Museum Ja Das machen wir doch Aber zuerst Nein Äh 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 Ein Stück Holz Ein wichtiger Bestandteil für meine Crafting Rezepte J600 2 1 1 2 2 2 2 3 Wer fragt mir du noch? Ich weiss nicht, wer das ist. Noch zwei Leute. Ich brauche noch zwei Leute. Also gehen wir ins Ballehaus, damit wir diese Quest beenden. Ich arbeite heilzeit im Gemischwarenladen. Ich hoffe du kommst hin und wieder vorbei. Quest, nein. Water Chestnut, Wasser plus... Ja. Do a favor. Rik mit Aldrik. Ja. 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 Danke! Adeline! Adeline! Errol! To the museum! Can I take a request? Thanks for taking my request. Danke für meine Ehre. Mit dem Namen meiner... ...Quest. Shit. Ah, so hier sind wir. So du bist also der Schmied. Ich helfe hier nur raus. Ich bin eigentlich Minenarbeiter. Aber der Erbeben hat die Höhlen getroffen und wir mussten sie schliessen. Wenn du mehr über die Minen wissen willst, musst du mit Errol sprechen. Er war der Vorarbeiter der Mine. Nun ist er der Kurator des Museums. Oh, das ist richtig. Ich wollte, dass du die Spitzhacker bekommst. Damit kannst du Steine zerklopfen. Ist ein bisschen hart, aber stark genug um kleine Steine zu zertrümmeln. Errol. March! Ah, der habe ich. Schon da drauf. Ulrich, bist du hier? Äh, ich brauche... Hey, was machst du hier? I march. Geniesse deinen Chit-Chat mit meinem Bruder, aber versuche nicht zu viel Zeit zu verschwenden. Oleg, komm in mein Zimmer, wenn ihr fertig seid. Anit, ich muss mit dir sprechen. Oh, sorry. Er meint es nicht so. So, mein Wunsch. Wenn du Marge noch eine Chance geben könntest, wäre das cool von dir. Er hat nicht viele Freunde. Spreche später mit dir, Danny. Yo, pickaxe. Yes. Up. Er ist immer noch der Doppel. Hey, you. Ah, 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 ah. Er ist da. Ja. Ulrich. Hm, strange. Er ist da. Ja. Er ist da. Ah, ah, ah. Was das? Neuankömmling. Ich war der Neuankömmling, bevor du gekommen bist. Josephine Scott. Use over. Nora. Ah, du musst Danny sein. Willkommen in Mystria. Ich bin Nora. Ich betreibe den Gemischwarenladen in der Stadt. Mit meinem Mann und unserer Tochter. Ich habe auch einen Stand am Samstagsmag. Kaputte Brücke. Ich glaube, ich kann helfen. Alright. Äh, helfen. Das ist ein schöner Name. Mein Name ist Elsie. Ich lebe im Erdenhaus mit meiner Nichte und meinem Neffen Adeline und Eiland. Herr Bar... Ihre Eltern, Herr Baron, die Baronesse sind oft in der Hauptstadt. Vor allem in diesen Tagen. Komm mal vorbei für einen Chat. Wann immer du möchtest, meine Liebe. Ich kann dir die letzten Gerüchte verbreiten und ein paar romantische Hinweise geben, if you, wenn du das brauchst. So, dann jetzt die Chestnuts. Sprich mit der... Ah, der Talos. Nicht gemacht. Das ist die Edi-Line. Hier unten ist sie aber nicht mehr. Das ist wunderbar. Kompliment. Du hast deine erste Herausforderung gemeistert. Hier ist... Dein Reward. Und... Potato Seeds und... 100 Gold. 100 Gold. Es gibt viele Leute hier. E-S-S-S. Touch Tablets und... Yes. Wir sind wieder voll. Ich muss eh zurück. Wir sind wieder. Uh-uh, ich kenne es. So. Ah! Ah Äh Wo sind meine Kartoffelsamen? Die Zeit läuft schnell vorbei hier Sind meine Kartoffelsamen noch nicht Nein 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 Ich weiß nicht wo meine Kartoffelsamen sind Du musst zu hart arbeiten dort unten bei deiner Farm Danny Isst du auch genug? Schläfst du genug? Bleib nicht zu lange auf Ja Ah da sind meine Kartoffelsamen Ich habe meine Kartoffelsamen Ich habe meine Kartoffelsamen Ich habe meine Kartoffelsamen Ich h��는 Wald Ich habe meine Kartoffels余 Ich habe meine Kartoffelsamen Ich hab meine Kartoffelsamen In's Museum. See what's in the world. He's in the right spot. Hey Ich habe nichts mit Blanzen, nichts mit Blanzen, aber... Chica Pee Das Museum ist da oben. Ah, viel. Da ist das Museum. Da war ich ja schon. Danni, willkommen, willkommen. Ich denke, ich vermute, du bist hier wegen meines Briefes. Excellent. In meinen Gesprächen mit Lord Eiland und Lady Adeline haben mich beauftragt, Objekte zu sammeln. Äh, von der Antiochette. Aha, Showcase. You want Box, you want... Willst du meine Pflanzen? In die. Ich werde die Stücke ausstellen für die Besucher von nah und fern. Damit sie die Schönheit von Mist Tria schätzen können. Rewards. Ja, ja. Yes. Ja. Ja. Was sagst du, Denny? Können wir auf dich zählen? Lass uns loslegen. Das ist doch das? Nein, das ist so schlimm. Das ist wirklich egal. Was war etwas noch? Und besser werden wir. Das ist so schlimm. Genau. Gute in die Veränderung. Es gibt nur die Veränderung. Das ist gut. Oh, das ist dafür. Dana sagt mir. Und das hat. Ich hab noch nicht. Die Box ist nicht so nett, keine. So. Oh, 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 oh. Obie Hey Ah, ah, ah. Hey. Ah, ah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin schon wieder müde, lass uns morgen sprechen, an meinem Schrein. Ich bin geirrt, du kannst auf mich zählen. Schlaf nun, Sterbliche. Wir werden bald wieder miteinander reden. 16, bla, 154, Gott. Level Up, New Reward. Level 3. Okay, 3. Ich habe mich. Ich könnte es nicht los. Ich möchte es nicht los. Ich denke, du hast den Zustand der Brücke bemerkt. Es gibt eine Gruppe, die die Brücke reparieren wollen. Kommt ihr mit? East of Town Prepare the bridge Stone Sprich mit dem Schrein Grüße Sterbliche Die Zeit ist gekommen, ist für dich gekommen Essenzen zu sammeln. Essenzen erscheinen als kleines Purple Lila Orbs Für Aktivitäten, die du machst, Farmen, Fischen, Minen, Mining Überall können diese Orbs auftauchen Benutze diesen Schrein um die gesammelten Essenzen einzutauschen Einzutauschen Yes Skill Perks Easier Werden dein Leben einfacher machen Ich bin schon wieder müde Ich bin schon wieder müde Sprechen wir morgen miteinander Hey Cool Level 2 Ich bin schon wieder müde 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 Ein Ort noch nicht Aber ich habe mir ein Ort Ich bin schon wieder müde Das strong Hast noch 피� Ich bin schon wieder müde Keine Number Nach einer Zeit wirst du die Leute kennenlernen, oder? Äh, das heisst ja. Bist du Juniper? Wo wäre das Badehaus? Die ist natürlich nicht da. Äh, 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 äh. Ist irgendwie da rübergegangen? Ja, Juniper! Inquests, äh, what, just not an Inquest. Perfect! Hier ist das Rezept! Close. Yes. Äh, Level 1, bla bla bla. Denkel! Seh ich mal spenden. Ähm. Cole, yow! Es hat Sonderfall. Äh, da hast du die kaputte Brücke. Ähm. Boogles. Was? Ich war nicht da, Bär. Nee. Hier kann ich mich überspringen. Ähm. Wo ist der immer scheiß in? Nein, noch nicht. Nein. 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 Ich will nicht gucken. Ich will mit dem Typ sprechen. Geh weg von mir. Geh weg! Geh weg! Ah, bitte. Gute Brücke. Jo. Nein. Geh weg! Hier auch gleich. Was ist da rüber? Bude. Blueberries. Wui. Bude. Wui. Bude. Ar. Bude. Wui. Wir haben die neue Bände zu öffnen Wir haben die neue Bände zu öffnen Hey Danny Wir waren gerade dabei anzufangen. Du weißt, ich bin dabei, aber das ist ein grosses Projekt. Du kannst auf mich zählen, Mysteria zu unterstützen. Aber ich kann keine Wunder vollbringen. Ohne die Brücke können wir mit dem Wagen nicht in die Stadt. Es gibt nicht so viele, dass ich auf meinen Brücken tragen kann. Wundervoll, Danny. Ich wusste, wir können uns auf dich verlassen. Du bist die richtige Person für diesen Job. Es hat eine Spendenbox in der Nähe der Brücke, bis sie repariert ist. Wir stellen auf dich. Ja. Ich bin jetzt von 60. Ich bin jetzt von 60. Ich bin jetzt von 50. Ich bin jetzt von 50. Ich bin jetzt von 50. 50. 100. 150. 51. 100. 62. 62. 62. 62. 63. Wollen wir schon eine Kiste machen? Starter Set Bicic chest Bicic Bicicl Bicic 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 I don't know, what's that? Berries Tönnep Berries Edelaine Sonstant Berries 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 Tolk, 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 Aiden. Woher fragt man noch? So, sohn, ich hab noch keine Tiere. Eh, 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 alles schon spendet das Wisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Das war's da gewesen mit Tag 3 und würde mich freuen über ein Like oder ein Abo und Bis zum nächsten Mal.